Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, heute geht es um Spaß mit Tunneln, um Port-Weiterleitung und VPN. Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, noch ein bisschen Eigenwerbung. Ich bin der Hauptentwickler vom Software-Verteilungssystem M23. Und daneben biete ich eben auch verschiedene Dienstleistungen an, zu M23 natürlich, zu Linux und freier Software. Ich entwickle Software in diversen Programmiersprachen, ich administriere, ich biete jetzt auch Premium-Online-Schulungen an, Support und Beratung zu quasi allem, was irgendwie mit Linux und Open-Source zu tun hat. Im Laufe der Zeit ist auch ein Handbuch entstanden aus diversen Workshops, das Administration von Debian & Co. im Textmodus heißt. Seit neuestem biete ich auch individuelle Premium-Online-Schulungen an. Die können zu verschiedenen Wunschthemen aus dem Linux-Open-Source-Bereich sein, wie zum Beispiel M23 für Entwickler oder eben auch für Administratoren. Dann Administration von verschiedenen Distributionen zum Thema Sicherheit, Free-IPA, Paketmanagement und so weiter und so fort. Da habe ich eine Menge gemacht. Oder eben auch zum Thema Entwicklung. Das kann Pakete bauen sein oder Skriptprogrammierung, Grundlagen von C++ oder ja, diversen anderen Dingen mehr. Sollte das Ganze noch nicht interessant genug sein, so können wir daraus auch ein Online-Escape-Game machen. Dazu habe ich so ein Szenario entwickelt mit Sound-Effekten und je nachdem, worum es in eure individuellen Schulungen gehen soll, kommen da auch spezielle Rätsel dazu, die genau dazu passen. Fragt da einfach mal nach. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mein Kontaktformular nehmen und einfach mal fragen, ob wir da was zusammen machen können, ob ihr irgendwie Dienstleistungen von mir haben möchtet, Schulungen oder was zu M23 wissen wollt. So, jetzt geht es aber auch wirklich mit dem eigentlichen Thema los. Für die heutige Folge habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich habe insgesamt drei virtuelle Maschinen vorbereitet. Eine Home-Virtuelle Maschine, dort läuft ein Linux Mint 20.2 drauf. Dann habe ich so ein virtuelles Internet mir gebastelt über VirtualBox, über diese Netzwerkverbindung. Dann habe ich einen Router, der sowohl mit meinem virtuellen Internet als auch mit einem Web-Server verbunden ist. Und dann habe ich eben diesen Web-Server, der in so einem virtuellen Firmenladen steht, auf den zwar der Router zugreifen kann, aber ich von meinem Home-Rechner aus nicht. Über verschiedene Tunnelwege möchte ich jetzt von meinem Home-Rechner, der in meinem Home-Office steht, auf diesen Web-Server zugreifen, auf den ich eigentlich bloß innerhalb von diesem Firmenladen Zugriff hätte. Für die weiteren Schritte werde ich SSH benutzen, einmal zum Tunnel von einzelnen Ports oder eben auch von kompletten Rechnern oder Netzwerken. Dafür sollte man auf jeden Fall überprüfen, ob das Zielsystem, mit dem man sich unterhalten möchte, wirklich das ist, das es eigentlich sein sollte. Nicht, dass da irgendjemand dazwischen ist, dieses Man-in-the-Mittel-Attack. Und darum kann ich vorher diesen SSH-Schlüssel von dem Zielsystem einmal mir als Hash-Wert ausgeben lassen. Und wenn ich mich das erste Mal mit diesem Zielsystem verbinde, kann ich halt gucken, aha, ob dieser Fingerabdruck, dieser Hash-Wert identisch ist mit dem, der es eigentlich sein sollte. Das kann man eben machen, indem man auf dem Zielsystem schon vorher dieses LS-ETC-SSH-PAP macht. Dann bekommt man alle Schlüssel aufgelistet und über das X-Args-N1-SSH-Keygen-LF, dann wird jeder einzelne von diesen Schlüsseln, diesen öffentlichen Schlüsseln, deswegen auch die Änderung PAP da dran, einmal durch den SSH-Keygen gejagt und der generiert halt diesen Hash-Wert, den man auch kriegt, wenn man sich das erste Mal mit einem SSH-Client dort anmeldet. Und diese direkt auf dem Server, mit dem man sich verbinden möchte, generierten Hash-Werte sollte man auf einem sicheren Kanal, also zum Beispiel GBG-verschlüsselter Mail oder vielleicht auch einfach übers Telefon durchgeben und dann kann man eben gucken, ob das identisch ist. So, ich bin jetzt auf dem Router-Rechner. Der heißt eben Router, wie man auch sehen kann. Und ich bin jetzt aktuell der Administrator, der sich innerhalb der Firma befindet und diese Fingerabdrücke für die einzelnen Host-Keys brechen soll, damit derjenige, der in seinem Homeoffice sitzt, die auch bekommen kann. Dafür melde ich mich jetzt einmal an und unter ETC, SSH, befinden sich jetzt verschiedene Schlüssel. Es gibt immer so einen Schlüsselpaar. Es gibt einmal den privaten Schlüssel, da hat kein Punkt PAP am Ende und den öffentlichen Teil, der ist eben mit PAP am Ende. Und um die soll es halt gehen. Darum mache ich erstmal so, dann habe ich schon mal bloß die öffentlichen Schlüssel beziehungsweise die Dateien für die öffentlichen Schlüssel und wenn ich jetzt mit xarx-n1 das mache, dann wird jetzt diese Liste mit den einzelnen Schlüsseldateien genommen, dann wird sie an xarx weitergegeben und über den Parameter n1 sage ich, dass pro Aufruf für den folgenden Befehl immer bloß eine Datei genommen werden soll. Also wenn ich jetzt einfach ein Echo nehme, bekomme ich hier drei Aufrufe. Also die Dateien werden Stück für Stück da durchgejagt und dann hinterher wird jeweils in einer Zeile der Name ausgegeben. Aber ich möchte ja nicht den Namen der jeweiligen Datei haben, sondern ich möchte den Hash berechnen lassen und das mache ich über ssh-keygen und den Parameter lf. So und jetzt habe ich hinterher eben diese verschiedenen Hash-Werte für meine verschiedenen Krypto-Algorithmen, für dieses e, e, c, d, s, a, e, d, 2, 5, 5, 1, 9 und r, s, a. Und diese drei Zeilen müsste ich auf einem sicheren Wege, Stück Papier im Zweifelsfall oder Telefonanruf oder eine signierte und verschlüsselte E-Mail an denjenigen, der im Homeoffice sitzt, einfach weiterschicken. Genau, also so kommt man relativ einfach an diese Hash-Werte, die auch der SSH-Client abfragt oder einem anbietet, ob das in Ordnung ist, wenn man sich das erste Mal dagegen verbindet. So, nachdem wir jetzt sichergestellt haben, dass sich der Mensch in dem Homeoffice auf jeden Fall immer mit dem richtigen Rechner verbindet, weil dieser Fingerabdruck quasi nicht zu veritschen ist, können wir jetzt auch wirklich anfangen, mal so einen Tunnel aufzubauen. SSH bringt dazu verschiedene Möglichkeiten mit. Man kann eben einzelne Ports von einem entfernten Rechner zu einem rüberholen. Also ich hole mir von dem Router zum Beispiel den Port 80 oder sowas rüber und leite den auf meinen lokalen Port 8080 um. Und dann kann ich eben lokal mit dem Webbrowser auf Port 8080 gucken und dann wird diese Anfrage transparent an diesen Router weitergeleitet. Der Aufbau von so einem Tunnelkommando ist eben SSH-FN. Das kleine F, das sagt einem, dass das Ganze im Hintergrund ausgeführt werden soll. Man kriegt also keine Shell, die offen bleibt. Man will einfach bloß diesen Tunnel aufbauen. Wenn man es weglässt, kriegt man ganz normale Shell. Und genau in dieselbe Richtung geht eben dieses große N. Wir wollen auch kein Kommando ausführen, also keine Shell oder irgendwie einen Befehl. Es geht rein um diese Port-Weiterleitungs-Funktionalität. Dann mit diesem Parameter "-o", da kann man verschiedene Optionen setzen. Und in diesem Fall eben Server-Live-Interval gleich 100. Damit wird alle 100 Sekunden so eine Art Ping an den SSH-Server auf der Gegenseite geschickt, damit die Verbindung nicht automatisch abgebrochen wird. Denn nach einer gewissen Zeit, wenn der SSH-Server merkt, ja, da passiert ja überhaupt nichts mehr, dann macht er die Verbindung auch zu. Mit dem großen L sage ich jetzt, was ich machen möchte. Ich gebe mir jetzt einen lokalen Port, den ich verwenden möchte. Wenn ich mir von der Gegenseite zum Beispiel einen Web-Server hole, dann kann ich bei mir sagen, 8080 ist mein lokaler Port. Dann mache ich einen Doppelpunkt und dann gebe ich die entfernte Maschine an. Das kann die Maschine sein, die für mich diesen Tunnel aufbaut. Dann heißt sie einfach Localhost. Localhost bin ich nicht selbst, sondern die entfernte Maschine in diesem Fall. Und dann gebe ich noch an, welchen Port ich von der entfernten Maschine im entfernten Netzwerk haben möchte. In diesem Fall können wir den 80er nehmen, um ein ungesichertes Web-Interface zu tunneln. Und dann muss ich natürlich noch angeben, welcher Benutzer ich auf dem Zielsystem bin. Also dieser Benutzer muss eben per SSH auf dem System zugreifen können. Und dann eben, wie die Zielmaschine heißt. Das ist halt mein Router. Da kann ich eben sagen, AdExample.com oder wie auch immer das Ding heißt. Muss halt auflösbar sein. Das kann auch eine IP-Adresse sein. Hauptsache, ich kann mich dort mit SSH und meinen Zugangsdaten anmelden. Jetzt nochmal ein konkreteres Beispiel. Wiederum die bekannten Parameter. SSH-FN-O-Server-Live-Intervall gleich 100. Und in diesem Fall eben nicht 8080, sondern ich mache eben eine Verbindung auf, wo ich mir den SSH-Server von dem entfernten System, meinen 10666 nehme. Das ist mein Router. Und dann spiegle ich dort den SSH-Server, der unter Port 22 läuft, auf meinen lokalen Port 2222 rüber. Und ich mache auch dasselbe nochmal. Ich hole mir jetzt von einem anderen System in diesem lokalen Netzwerk, worauf bloß der Router zugreifen kann, den Port 80 und spiegle ihn auf meinen Port 8080. Viel mehr findet ihr auch dazu in meinem Administration von Debian & Co. im Textenmodus in der Edition 2021 im Kapitel SSH-Tunnel. Da steht noch viel, viel mehr drin, was ich jetzt in dem Video nicht machen werde, aber da könnt ihr einfach mal reingucken. Das Ganze könnt ihr kostenlos runterladen und könnt das vorher eigene Studium benutzen oder einfach zum Nachschlagen, je nachdem, was ihr gerade braucht. So wie eingangs gesagt, habe ich hier ein Linux Mint vorbereitet, um das Ganze auch wirklich nochmal so zu demonstrieren. Ich habe hier mir eine Shell genommen und ich bin jetzt an meinem Homeoffice-Rechner. Ich möchte jetzt auf den Router zugreifen, auf den in der Firma und ich komme auf den über eine IP-Adresse, die statisch ist. Also die Firma hat sich eine statische IP-Adresse geleistet und auf die kann ich eben so zugreifen. Und hier sieht man halt diesen Fingerabdruck und den sollte ich jetzt abgleichen. Ich habe hier diesen EC-DSA und wenn ich jetzt nochmal gucke bei meinem Router, dann habe ich hier in der Zeile, wo eben auch EC-DSA steht, exakt denselben Hash-Wert. So soll es nämlich sein. Wenn der jetzt nämlich abweicht, dann hat sich da irgendjemand zwischengeschaltet und das wäre nicht gut für die Sicherheit. So, also von daher kann ich diesen Schlüssel jetzt auch bestätigen. Der ist in Ordnung, der ist so, wie er sein soll. Und mit meinem Passwort kann ich mich an diesem Router auch anmelden. Also die Verbindung von meinem Homeoffice zu dem Router funktioniert über dieses Fake-Internet. Sehr gut. So, aber das war jetzt ja eigentlich gar nicht Sinn der Übung. Geht ja darum, dass ich mir Ports rübertunneln kann. Also der, das bleibt quasi so, wie es vorher schon war, aber ich ergänze es jetzt. Ich ergänze das Ganze jetzt einmal durch das Fn und minus O. Server-Aliwe-Intervall gleich 100. Ja, damit das Ganze im Hintergrund geschieht, dass meine lokale Shell sofort wieder freigegeben wird. Ich keinen zusätzlichen Befehl damit ausführe. Das ist einmal das. Und jetzt mache ich mein Tunnel-Kommando. Lokal möchte ich den Port 2222 haben. Localhost. Localhost ist nicht meine eigene Maschine. Localhost, sondern bezieht sich immer auf die Maschine, gegen die ich mich verbinde. Also diese hier. Das ist also dann der Port 2222. Der SSH-Port von dem Router befindet sich dann auf meinem 2222-Lokal. Machen wir das mal so. Dann muss ich wieder mein Passwort eingeben. Wenn ihr das Ganze über SSH-Schlüssel macht, dann kann das auch ohne sein, wenn da kein Passwort drauf ist. Ansonsten müsst ihr ein Passwort eingeben. Jetzt ist das Ganze sofort wieder zurückgesprungen in meine normale Shell. Die Verbindung sollte jetzt aber offen sein. Wenn ich jetzt sage, SSH-P2222 und Test at Localhost. Localhost ist jetzt meine eigene Maschine. Also mein Homeoffice-Rechner. Ja, jetzt mache ich diese Verbindung auf und jetzt habe ich wiederum hier diesen Fingerabdruck. Das ist wiederum der hier. Es ist weiterhin mein Router, bloß dass er eben unter dem anderen Port lokal hier verfügbar ist. Ich gebe jetzt halt nicht mehr die externe IP-Adresse an, also nicht die hier, sondern Localhost. Und wenn ich jetzt wiederum das Passwort eingebe, bin ich jetzt wirklich auf dem Router. Ja, mit strg und d kann ich die Verbindung auch wieder beenden. Also das funktioniert in SSH eben unabhängig von so einem Tunnel. Und jetzt kann ich auch nochmal über netstat gucken, minus n. Mit n sage ich, ja, Port-Adressen sollen nicht in lesbare Namen umgewandelt werden. Wenn ich die jetzt in den 22 habe, dann würde halt kommen, das ist SSH oder 80, das ist HTTP. Das möchte ich nicht. Ich möchte das halt ungefiltert zu haben, wie es dort steht mit netstat, kann ich halt gucken, welche Verbindungen gerade offen sind. Und ich kann jetzt gerade gucken, da gibt es zu meinem Router eine Verbindung auf Port 22. Also über SSH ist diese Verbindung aufgebaut und das ist eben meine Port-Weiterleitung. Also der Tunnel, durch den diese Port-Weiterleitung geschieht, auf die Verbindung greife ich aber aktuell nicht zu. Wenn ich mich jetzt nochmal hier verbinde über SSH und dann mir einen neuen Reiter aufmache und das Ganze wieder größer mache. Und wenn ich jetzt nochmal über netstat gucke, dann habe ich jetzt eben eine zusätzliche Verbindung. Ich habe hier eben eine Verbindung auf meiner Seite, auf der lokalen Adresse 2222 offen und habe darüber noch ein SSH laufen. Jetzt habe ich eben meinen ersten Tunnel schon mal gebaut, habe mir eben den 22er Port von meinem Router rüber geholt. Wenn ich jetzt allerdings noch mehr möchte, sollte ich erstmal gucken, welche Weiterleitung ich überhaupt schon offen habe. Und das kann ich machen, indem ich einfach mal bei den Prozessen gucke. Und nach SSH gucke und dort gibt es halt hier diesen Server Keep Alive. Das passt nicht ganz in eine Zeile, ist hier dieser Umbruch. Und das ist eben mein Prozess, wo dieser Port weitergeleitet wird. Dieser SSH-Tunnel mit der Port-Weiterleitung gemacht wird. Dann habe ich hier diese PID-Nummer. Das ist die Prozess-ID. Und wenn ich das Ganze jetzt beende mit dieser Nummer hier, das ist immer das, was direkt nach dem Namen meines Benutzers kommt. Dann kann ich mit Kill das Ganze beenden. Und jetzt kann ich auch nicht mehr mit dem hier den Tunnel benutzen, weil er eben zusammengefallen ist. Wenn ich das Ganze jetzt noch mal ein bisschen erweitere und eben nicht bloß von dem Router, der hier Localhost ist, den Port 22 weiterleite, sondern mir auch noch ein bisschen mehr dazu hole. Ich möchte von diesem Web-Server jetzt auch noch den ungeschützten HTTP-Port rüberholen. Und das mache ich, indem ich hier jetzt die IP-Adresse von dem Web-Server nehme und dann Port 80 eingebe. So, dann muss ich mich wieder an dem Router authentifizieren. Und jetzt ist mein Tunnel offen. Wenn ich jetzt einmal gucke mit einem Web-Browser. Und dann möchte ich jetzt nicht die IP-Adresse von Localhost eingebe, also mein eigenes System, aber Port 8080 angebe, dann habe ich hier diese Apache 2 Default Web-Page. Das ist eben die Webseite, die mir halt der Web-Server ausgibt. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, da wäre jetzt eine Warenwirtschaft oder sonst was drauf. Das Ganze wäre auch ungeschützt im lokalen LAN vorhanden. Da ich das Ganze aber über den SSH-Tunnel rüberziehe, ist es eben auch gesichert durch Kryptografie. Das Erste, was wir jetzt hatten, war eben SSH-Tunnel aufbauen, indem ich mich an einem SSH-Server anmelde und ihm dann sage, welche Ports ich aus seinem Bereich gerne hätte. Man kann aber auch das Ganze umdrehen, so ein Reverse-Tunnel, also umgedrehter Tunnel, dass man eben die eigenen Ports an einen entfernten Rechner weitergibt. Also das ist das Gegenstück. Ich baue zwar weiterhin eine Verbindung zu einem SSH-Server auf mit dem SSH-Client, aber ich gebe jetzt eben meine eigenen Ports weiter und sage dem entfernten Rechner, welche meiner eigenen Ports dort gespiegelt werden sollen. Ich kann dabei eben auch andere Ports von anderen Systemen innerhalb meines Netzwerkes verwenden und die eben dort weitergeben. Das ist ja dasselbe, bloß umgekehrt. Ja, der Unterschied bei dem ist eben der große Parameter minus R für, ja, also Reverse, Remote und dort gebe ich halt den entfernten Port an, den der Port auf dem Zielsystem haben soll, meine lokale Maschine, beziehungsweise irgendein Rechner in meinem Netzwerk, dann wiederum ein Doppelpunkt und welches mein lokaler Port ist. In diesem Fall halt minus NR22022. Auf dem entfernten Rechner soll er eben diesen Port haben. Ich nehme meinen eigenen Port 22 und tunnele den da durch. Die anderen Parameter sind halt sehr ähnlich. Dann gibt es auch noch den neuen Parameter Exit-On-Forward-Failure gleich Yes. Das sorgt dafür, dass diese Tunnelverbindung sofort beendet wird, wenn es irgendwie Fehler beim Verbinden gibt. Die Server-Alive-Interval, das kennen wir schon. In diesem Fall mal runtergesetzt auf 15 Sekunden mit dem Ping-Interval. Dann Server-Alive-Count-Max2. Wie lange diese Verbindung quasi ausfallen darf, bevor sie von meinem SSH-Client beendet wird. In diesem Falle zwei Pings dürfen halt unbeantwortet bleiben, bevor diese Verbindung abgebrochen wird. Als weitere Neuerung habe ich eben auch noch den Parameter Minus I dazu genommen. Mit dem kann man einen SSH-Schlüssel gezielt auswählen. Man wählt den geheimen Schlüssel, beziehungsweise die Schlüsseldatei aus, die man benutzen möchte. Denn ansonsten werden einfach die Schlüssel aus .ssh, aus dem Home-Verzeichnis genommen und dann in der jeweiligen, ja, Krypto-Variante verwendet. Also RSA oder sonst was. Und so kann ich mir einen Extraschlüssel generieren, den ich vielleicht bloß für eine Verbindung verwenden möchte. Und in diesem Schlüssel ist es halt so vorgesehen, dass da kein Passwort eingegeben wird. Damit kann ich, ja, Dinge automatisieren, automatisch so einen Tunnel aufmachen. Aber eben bloß zu einem Zielsystem. Solche Dinge kann ich damit halt machen. Bis jetzt haben wir ja immer bloß einzelne Ports von einem System transferiert und wieder auf unser eigenes, auf Localhost abgebildet oder eben umgekehrt. Das kann ja irgendwann ziemlich lästig sein, weil, ja, es gibt halt sehr viele Ports prinzipiell, also 65.535 Stück gibt es halt pro System. Und wenn man jetzt aus verschiedenen Systemen sich mal da einen Port rüberzieht, da mal einen rüber und so weiter, das kann beliebig kompliziert und lästig werden. Es gibt natürlich eine praktische Lösung dafür. Das Ganze heißt Shuttle. Damit kann man eben komplette einzelne Rechner aus einem entfernten Netzwerk mit allen Ports einmal rüber tunneln oder man kann auch komplette Netzwerke spiegeln, sodass man darauf zugreifen kann. Das ist halt die Variante nicht mehr Port Weiterleitung, sondern quasi ein VPN. Kleines Beispiel dazu. Wenn ich jetzt dieses ganze 1.2.1.6.8.10.0.24er Netz von meinem Example.com rüber transferieren möchte, in mein lokales Netzwerk, in meinem Homeoffice mit einblenden möchte, mache ich das halt so, also ssh-atel-r und dann, ja, Benutzer und mein Router, den ich denn dort angebe und dann eben welche IP-Adressen oder welches Netz ich transferieren möchte. Ich könnte natürlich auch sagen, ich möchte bloß die 1.2.1.6.8.10.0.24.0.28.0 und 30.0 haben. Das kann ich auch machen. Dann werden mir die halt eingeblendet oder ich nehme halt das ganze Netz mit. Das probieren wir jetzt auch nochmal. Ich bin jetzt wiederum auf der Linux Mint Maschine. Der Tunnel ist ja immer noch offen. Den möchte ich erstmal loswerden. Dann mache ich dann nochmal dasselbe wie vorher. PSALF. Schön haarig. Und dann habe ich hier jetzt eine andere PID-Nummer. Sage wieder Kill. Und die Nummer dazu. Und wenn ich jetzt nochmal F5 sage, also Seite neu laden, dann ist der Tunnel halt zusammengefallen und ich kann nicht mehr auf diesen entfernten Webserver zugreifen. Soweit so gewollt. Damit ich jetzt mit dem SS Shuttle irgendwie so drauf zugreifen kann, brauche ich das Ganze erstmal. Ich muss das auch noch erstmal installieren. Und dann installiere ich mir eben lokal einmal dieses Paket hier. Und je nachdem, was wir tunneln wollen, brauchen wir auch noch Root-Rechte dafür. Also ich bin jetzt schon Root. Ich habe mir halt Root-Rechte geholt, indem ich halt hier gesagt habe, Sudo Bash. Ja, ansonsten müsste man halt eben Sudo noch davor setzen. Ich habe das schon mal so ein bisschen vorbereitet, wie dieser Aufruf komplett aussieht. Das ist jetzt so. Also SS Shuttle minus R und dann wiederum mein Router, also die öffentliche IP-Adresse über mein Fake-Internet, plus den Benutzernamen auf dem Router und dann welche IP-Adressen ich eben transferieren möchte, also bei mir ins lokale LAN einbinden möchte. Und ich möchte jetzt eben das komplette Firmen-LAN einmal reinziehen, damit tunneln alle Rechner mit allen Ports, die vorhanden sind und das eben aus dem 24er-Netz. Jetzt muss ich wiederum mein Passwort eingeben und jetzt steht auch schon die Verbindung. Und wenn ich jetzt hier einen Browser nehme und dort eben die IP-Adresse des Web-Servers, der eigentlich bloß innerhalb von dem Firmen-LAN verfügbar ist, nehme und so eingebe, bekomme ich halt wiederum meine, ja, stellen wir uns mal vor, die Warenwirtschaft auf dem internen Web-Server. Wie man hier an diesem durchgestrichenen Schloss sehen kann, ist die Verbindung selbst nicht verschlüsselt. Also Port 80 ist halt nicht verschlüsselt, kein SSL oder sonst was drauf. Da das Ganze aber durch diesen SSH-Tunnel durchgeführt wird, ist die Verbindung drumherum halt doch verschlüsselt. Also übers Internet kann jetzt keiner mitlauschen oder diese Verbindung verfälschen. Also wir sind trotzdem sicher, auch wenn es heutzutage eher eine blöde Idee ist, Port 80 noch zu verwenden und eben das Ganze nicht zu verschlüsseln. Ja, so kann ich mir über das unsichere Internet die verschiedenen Systeme aus einem Firmen-LAN zu mir rüberholen und kann darauf denn arbeiten, als ob ich halt vor Ort wäre, wenn die Internetleitung das natürlich hergibt. So, das wär's jetzt auch wirklich. Viel Spaß beim Tunnelgraben, beim Nicht-Tunnelgraben, ja, beim Administrieren oder sonstigen Dingen tun. Abonnieren, Glocke drücken und ansonsten bis dann und tschüss.